Die Huber Gerüstbau GmbH ist seit mehr als 50 Jahren erfolgreich in Oberbayern tätig. Dank unserer langjährigen Erfahrung wickeln wir Baustellen zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden ab. Denn ein zuverlässiges und funktionelles Gerüst ist die Voraussetzung für den Gesamterfolg einer jeden höher gelegenen Bauleistung. Als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger im Gerüstbauhandwerk und neuer Geschäftsführer steht Ihnen Oskar Schindler gerne mit Rat und Tat zur Seite. Dabei sorgen wir durch eine vorausschauende Planung und eine verlässliche Ausführung sowie die permanente Überwachung für höchste Sicherheit. Mit tausenden Quadratmetern Gerüst und einer großen Vielfalt an Sonderteilen liefern wir nur sichere und technisch einwandfreie Gerüstbauteile aus und montieren daraus Arbeitsgerüste, Schutzgerüste und Traggerüste, Gerüste für die Industrie, Fahr- und Sondergerüste und weitere Gerüste für ihren Bedarf. Dabei geht unser geschultes und qualifiziertes Personal individuell auf die Wünsche unserer Kunden ein. Sowohl das Gerüst als auch der dazugehörige Huberfachmann ist jederzeit schnell bei Ihnen. Als leistungsbereites, selbstständiges und flexibles Team sind wir Ihr Profi für Gerüstbau in Oberbayern. Sie brauchen ein Gerüst. Wir haben die Lösung.